So, jetzt wollt ihr das sagen, wer oder was ist PSG? Ich bin Neymar und ich fühle mich hier pudelwohl in Barcelona. Das unterstreicht er mit seinem Toppelpack. Klasse, wer hier die Albe Abwehr stehen lässt. Das italienische Meisters. Fünf Spieler schaffen es nichts, ihn aufzuhalten. Das war ein Drittel des Fassadreizacks in der Offensive.